eine andere vom anderen ja, die von mir die Camer vom Sebel jo ist dann noch gebraucht ist dann repaired ist dann repaired doch nö nein Bremskurin nein nein ich hab's gesättigt hihihi 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 er hat meine Kugeln gefressen und was ab die waren eben ein bisschen kalorienreich hihihi hihihi ja, es waren gerade am 4 hihihi wahrscheinlich ohne den Tunnel zu campen m ah das geht schon das bitte hab's bied ich hab auch어민 Marc, schreien mal weg das war zu knapp nein ich war schon fertig es war schon fertig das ist schon danach das EOD ist schon gekommen aber weil es war zu spät. Der Kugelfresser braucht mehr. Er hat Hunger. Rammstein ist schon, dass ich abgestürzt bin. Immer dieser Rammstein. Ach, gescheiße. Das ist ja neuer. Loll, Defender stirbt doch. Wo ist der... Kugelverteiler. Wo ist Kugelausgabe? Ja, ich weiß, aber ich habe voll viel geschossen auf dich, und es hat sogar Blut gespritzt. Rammstein, ja! Nein, 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 nein. Er war leider schon satt. Ah, ja, ich liebe es. Rammstein, ich liebe es. Ah, dann, Kürbius. Wir haben kaum getauft. Rammstein. So wer will kur- wo ist die Kugel-Ausgabe? Ah da drüben ist sie! Nein! Fähn geblieben! Alter! Immer wieder locker! Ich bin trotzdem vorbei! Wenn ich sterbe verlieren wir automatisch! Der Rammstein-Boy! Mit 30 Kills! Oh ich hab 21! Oh dann bin ich kümisch! Nein! Du musst noch viel an die arbeiten! Ah! Spreng mich in die Luft in die Luft! Das ist klug! Ich hab niemanden in die Luft in die Luft! Ich hab noch keinen gesehen aber ich weiß nicht wie ich bin! Kugel fress uns auf dem Dach! Ah! Fress uns! Ah! Fress uns! Ah Kugel-Ausgabe! Mit der Blende hab ich ihn weggeballert! Loll! Loll! Ey! Defender! Ich will Rammstein gehen! Nein! Eine Sekunde! Sporter! Eine Sekunde! Eine Sekunde hätt's geschafft! Ah! Ich hab die Elf! Nein! Rammstein hat 7 Kills mehr! Nein! Nein! Du musst jetzt auch! Nein! 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 Du werd' die Kugel gefressen! Du warst so auch satt! Ah! 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 Oh! Ich geh auch mal auf! Ciao! Ja, tschüss! Bis morgen! Rammstein, die Pfände und Hongbie! Kugel-Fress- und brenumen! Ich liebe es! Biblische организaka- Badam, bam, bam. Ja, ich kann den Kungen fressen. Ich komm gleich wieder. Du musst dich in den Game umnennen, nenn dich Kugelfresser. Hansi? Du musst dich in den Game umnennen, den Kugelfresser. Ja! Ey, gut, dein Name ist ruhig echt mal. Boah. Alter, die schießt zu schnell. Ja, Defender, ich teil Kurien aus, die ihr fressen könnt, aber mit Vorliebe fress ich die. Ja. Das wäre echt ein lustiger Name, oder? Oh. 3 zu 0. Mit Bunny. Wer hat eine Chance gegen mich. Der Kugelfresser ist da. Der Kugelfresser schlägt zurück. Boah, nur 3000 exp, dann hab ich einen, äh, Boppen-Up hier. Boppen-Up. Oh, das ist jetzt merkwürdig, was Defender hier... Naja, egal. Hab ihn getötet. Hahahaha. Da kriegst du nicht auf die Reihe... Der wollt n' glitzen. So geht das ja aber auch nicht. Denn da kriegst du nicht auf die Reihe gegen mich zu kämpfen. 6 zu 0 für mich. Ne, 5 zu 0. Was machst du grad, Rammstein? Rauchen. Ihr seid alle schon so alt. Rauchen schadet der Jugend. Schule auch. Guter Satz merke ich mir. Ich kann es deinem Lehrer sagen. Ich wüsste schon was. Rauchen schadet der Jugend. Schule aber auch. Das merke ich mir sag ich mal. Weil du musst dir das so vorstellen. Du hockst den ganzen Anfang deines Lebens. 18, manchmal 20, vielleicht sogar ein bisschen länger. In der Schule. Hallo? Danach darfst du schaffen, bis dein Rücken zerbrechlich ist und du dann fast mit dem Krückstock durch die Gegend latscht. Und dann irgendwann nur noch in den Sarg. Oh short! Du hast die ersten 4 Jahre nix zu tun. Und dann die letzten Jahre ab 85. 65. Ja. Da kann man ab 65 kann man kein Krück. Aber ich glaube kaum, dass man mit 65... Hallo? Hallo? Bis 65 darf man dann rumackern. Ich tät denen den Vogelzeigungen sagen, habt ihr einen Knall. Sagde du? Das war dann τις zwei Schenzen. Sagde du, die Mädchen? Da reinein. Sagde du, die nicht verstehe. D voltar, das ist nicht nur noch einmal? Hast du direkt aus?